Sie kämpften Seite an Seite gegen den IS. Doch seit dem Sieg gegen die Islamisten nehmen die Spannungen zwischen Peschmerga und den Guerillas der PKK zu. Bis hin zu direkten Feuergefechten. Warum die beiden kurdischen Milizen so ein schwieriges Verhältnis zueinander haben, das erkläre ich euch heute. Hallo zusammen, hier ist wieder Konstantin und gerade gab es wieder Gefechte zwischen Kämpfern der PKK und Soldaten der kurdischen Peschmerga. Und es gab dabei Verletzte und auch Tote und ich habe gedacht, das wäre jetzt mal ein guter Anlass, ein guter Zeitpunkt, um dieses Video zu machen, das ich schon länger vorhatte. Nämlich die Differenzen und gerade so dieses schwierige Verhältnis zwischen den Einheiten der PKK und den Peschmerga, das Ganze mal ein bisschen zu erklären und zu beleuchten. Und wenn euch solche Themen interessieren, kurdische Geschichte, Militärgeschichte, Konflikte im Nahen Osten, dann wie immer würde es mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und ihr kriegt dann immer mit, wenn hier neue Videos hochgeladen werden von mir. Momentan sind es so zwei pro Woche und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten dabei seid. Eines der größten Probleme, zumindest meiner Meinung nach, wenn im Westen, im Journalismus, im Westlichen über Kurden berichtet wird oder über die Situation und die Region überhaupt, dass dann von den Kurden die Rede ist oft. Es wird oft so vereinfacht und es wird so dargestellt, als wären die Kurden ein einziger monolithischer Block, eines meiner Lieblingswörter, ein einziger Block, den man zusammenfassen kann. Als ob die eine einzige Führung hätten, als ob die eine einzige politische Agenda hätten, ein einziges Ziel und als ob sie immer geeint agieren würden. Und das ist natürlich viel zu vereinfacht und weit, weit weg von der Realität. Jeder weiß, der sich mal ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt hat. Und darum geht es jetzt heute auch in diesem Video. Die Kurden sind ein Volk von zig Millionen Menschen. Man weiß nicht genau wie viel, 35 Millionen, 50 Millionen und so weiter. Und natürlich gibt es bei so einer großen Menge auch viele verschiedene Gruppierungen, Organisationen, politische Strömungen. Und genauso ist es auch, was den Unterschied angeht, zwischen Peschmerga und der PKK. Zum Teil auch zwischen Peschmerga und Peschmerga, aber dazu kommen wir gleich. Das Wort Peschmerga wird oft übersetzt mit, die dem Tod ins Auge schauen. Es sind traditionell die kurdischen Guerillakämpfer, die oft in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten gegen die jeweilige Oberherrschaft gekämpft haben. Gegen verschiedene persische Reiche, gegen die Osmanen und ab Beginn des 20. Jahrhunderts dann auch gegen die Briten als Kolonialherrscher. Und sie waren in ihrer Geschichte eigentlich immer eine Guerillatruppe bis 1946. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, da wurde die Republik Kurdistan ausgerufen. Also ein eigener Staat mit der Hauptstadt Mahabat. Deswegen oft auch Republik Mahabat, aber offizieller Name war Republik Kurdistan. Und da wurden die Peschmerga zum ersten Mal die offizielle Armee eines Staates. Dieser Staat existierte auch nicht lange. Er wurde noch im selben Jahr erobert von persischen, von iranischen Truppen. Aber man kann sich merken, damals waren die Peschmerga für kurze Zeit eine offizielle Armee eines Staates. Und zwar unter der Führung von Mustafa Barzani. Der ging mit tausenden seiner Peschmerga nach der Eroberung von Mahabat zurück in die kurdischen Gebiete des Iraks. Und eben seine Peschmerga folgten ihm. Und seitdem sind die Peschmerga hauptsächlich im kurdischen Teil des Iraks zu verorten. Es gibt auch noch ein paar Peschmerga in Rojava. Das sind die Rojava-Peschmerga. Ist ein anderes Thema. Ist auch nicht so bedeutend wie jetzt die Peschmerga in der autonomen Region Kurdistan im Norden des Iraks. Da sind sie auf jeden Fall die offizielle Streitmacht. In den 70ern kam es dann zu einer Spaltung innerhalb der irakisch-kurdischen Bewegung. Der bisherige Anführer Mustafa Barzani, der gehörte der KDP an, der Demokratischen Partei Kurdistans. Und einer der Anführer dieser Partei, Jalal Talabani, der verließ die KDP und gründete seine eigene Partei, die PUK, die Patriotische Union Kurdistans. Und seitdem sind die Peschmerga, auch im Norden des Iraks, keine einheitliche Streitkraft. Es gibt kein einheitliches Oberkommando, das alle Peschmerga befehligen könnte. Beide Parteien, also die PUK und die KDP, beide Parteien unterhalten eigene Truppen, eigene Peschmerga-Verbände. Es gibt noch andere kleinere Parteien, die auch kleinere Peschmerga-Verbände haben. Aber die aller, aller, allermeisten sind unter Kommando der KDP oder der PUK. Und damit eben auch der Familien Barzani häufig und Talabani. Und die Differenzen zwischen diesen beiden großen Parteien, der KDP und der PUK, die führten dann in den 1990ern sogar zu einem Bürgerkrieg, dem kurdischen Bruderkrieg, in dem Peschmerga gegen Peschmerga gekämpft haben. Es gab 5000 Tote. Darüber werde ich mal ein eigenes Video machen. Aber auf jeden Fall eine ganz dunkle Geschichte. Und das, was ich angedeutet habe, dass auch Peschmerga nicht gleich Peschmerga ist. Und damals kämpften verschiedene Peschmerga-Einheiten gegeneinander. Es gab dann Gott sei Dank irgendwann ein Friedensabkommen, auch unter der Vermittlung der USA. Und seitdem sind die Peschmerga, wie schon gesagt, so die offiziellen Streitkräfte der autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak. Sie sind oft entlang der Parteilinien zu verorten. Also die KDP unter Barzani, die hat so hauptsächlich die Kontrolle über die westlichen Teile der Autonomie-Region, also Dohok und Erbil. Während die PUK und ihre Peschmerga den östlichen Teil kontrollieren, also Sulamanya und Halabja. Und es ist ganz wichtig zu sagen, dass die Peschmerga international auch anerkannt sind als solche. Also als Streitkräfte der Autonomie-Region. Die haben internationale Anerkennung und sie werden auch international unterstützt. Unter anderem natürlich von den USA, aber auch ganz besonders von Deutschland. Es gibt deutsche Ausbilder für die Peschmerga und es gibt deutsche Waffenlieferung an die Peschmerga. Die Geschichte der PKK beginnt sehr viel später als die der Peschmerga. Die beginnt nämlich auch in den kurdischen Gebieten der Türkei. Also nicht im Irak, sondern in der Türkei. 1978 gründet Abdullah Öcalan die Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK. Und sie ist von Anfang an stark marxistisch ausgerichtet. Und wird vom Westen und natürlich von der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Die bewaffneten Milizen dieser PKK, dieser Partei, die sind die HPG. Das wird oft gar nicht so genau unterschieden. Also man sagt, die PKK hat bewaffnete Gruppen. Das ist ja auch richtig. Aber die HPG, wenn man ganz genau sein will, ist die bewaffnete Gruppe, die der PKK untersteht. Aber meistens, wenn man von PKK-Kämpfern redet, dann sind die damit gemeint. Die PKK hat Schwesternparteien in allen Teilen Kurdistans, also im Irak, in Syrien und im Iran. Und in den 1980ern führte die PKK einen Bürgerkrieg gegen den türkischen Staat, bei dem bis zu 40.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und im Zuge dieses Bürgerkrieges hat die PKK-Führung dann irgendwann die kurdischen Gebiete der Türkei verlassen und sind ins Nachbarland, in den Irak, übergesiedelt. Nämlich in die Kandilberge. Also ganz nah an der türkischen Grenze. Und dort sitzt auch heute noch das Oberkommando der PKK. Und das ist schon die Ursache oder eine der Ursachen dieses Konfliktes. Denn die Regierung in Erbil, die von der KDP gestellt wird und von den Barzanis, die hat traditionell gute Beziehungen zur Türkei. Denn das ist auch ganz wichtig, denn ohne die Türkei könnte die autonome Region Kurdistan wirtschaftlich wahrscheinlich nicht existieren. Es ist der größte Handelspartner, die Exporte gehen von da in die Welt. Es wird sehr viel importiert, sehr viele Waren. Ganz, ganz, ganz wichtig die Beziehung zur Türkei für die autonome Region Kurdistans. Und dementsprechend hat die Regierung gute Beziehungen zur Türkei. Und die Türkei, wie ihr natürlich wisst, ist der Erzfeind der PKK. Und ihr seht hier schon, in welche Richtung der Konflikt geht. Die türkische Armee hat in ihrer Geschichte auch immer wieder Militäraktionen in der autonomen Region Kurdistan durchgeführt. Das sind zu viele, als dass ich sie jetzt gerade aufzählen könnte. Seit den 80ern, in den 90ern und auch jetzt gerade laufen mehrere türkische Militäroperationen. Es gibt türkische Soldaten, die in der autonomen Region Kurdistan stationiert sind und die dort gegen die PKK kämpfen. Und das führt eben zu großen Spannungen zwischen der PKK, die ja ein Feind der Regierung in Ankara ist, und der KDP und damit auch der KDP unterstehenden Peschmerga, die eigentlich Partner der Regierung in Ankara sind. Das wurde dann besser, als der Krieg gegen den IS kam. Als Kurden aus allen Teilen Kurdistans mehr oder weniger vereint gegen die Islamisten gekämpft haben. Da gab es dann sogar die Szenen, dass Peschmerga aus den kurdischen Gebieten des Irak, dass die über die Türkei nach Kobani durften, also auf die syrische Seite der Grenze. Und dort irakisch-kurdische Peschmerga zusammen mit Kämpfern der PKK und auch Kämpfern der YPG, also dem syrischen Ableger der PKK, dass sie gemeinsam gegen die Bedrohung durch den IS kämpfen konnten. Und das waren damals ganz starke Bilder für viele Kurden, dass eben Kämpfer der PKK und der Peschmerga vereint gegen einen gemeinsamen Feind stehen. Man kann hier sogar ein bisschen unterscheiden, wie die Kleidungsstile dieser beiden militärischen Einheiten sind. Also man kann es nicht immer, es ist manchmal auch unterschiedlich, gerade bei Peschmergern gibt es auch viele verschiedene Uniformen, aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man kurdische Kämpfer sieht, die noch diese traditionellen Gewänder anhaben, also diese weiten Hosen und alles in olivgrün, dann sind das fast immer PKK-Kämpferinnen oder PKK-Kämpfer, wenn die Peschmerga eher so, sag ich mal, westlich orientierte Uniformen tragen. Meistens aber nicht immer in diesem Woodland-Camouflage-Tarnmuster, das man bei den Amerikanern in den 80ern oft gesehen hat. Aber wie gesagt, da muss man vorsichtig sein. Aber das ist so, auf den ersten Blick kann man es, glaube ich, ganz gut anwenden, wenn diese traditionellen Kleidung in olivgrün, dann ist es PKK und oft Peschmerga in diesen Tarnfarben. Und nach dem Sieg über den IS, oder den bisherigen Sieg, das ist ja schwierig, ob man sagen kann, dass die IS völlig besiegt ist, aber ein anderes Thema. Nach dem Sieg erstmal über den IS, da kamen dann auch wieder diese alten Spannungen zwischen den Peschmerga der KDP und eben den Kämpfern der PKK, die kochten wieder hoch. Besonders in den Gebieten um Kandil, wo eben das Gebiet der PKK ist, und in Shingal und Sinjar, dem hauptsächlich von Jesiden bewohnten Teil des Irak, wo es PKK-nahe jesidische Milizen gibt, aber auch jesidische Milizen, die stark mit den Peschmergern der KDP kooperieren. Und besonders, wenn die Türkei mal wieder Militäroperationen in Kurdistan, Irak durchführt, dann kommen auch wieder diese alten Differenzen nach oben. Wir haben es jetzt gerade gesehen, Anfang Juni 2021, dann war es im Mai 2021, dann war es im Dezember 2020 und so weiter. Also es kommt immer mal wieder zu kleineren Gefechten. Es sind keine großen Militäroperationen mit hunderten von Toten, Gott sei Dank, sondern eigentlich immer irgendwelche kleineren Gefechte. Und meistens ist es so, dass beide Parteien dann der anderen Seite die Schuld geben und sagen, die haben zuerst geschossen, weil es auch heute noch dieses große Tabu gibt, auch als Erinnerung aus dem kurdischen Bürgerkrieg, dass Kurden nicht andere Kurden töten sollen, während man ja eigentlich doch genug Probleme mit anderen äußeren Feinden hat. Und deswegen gibt es dann immer die Anschuldigung der PKK, dass zuerst die Peschmerger geschossen hätten. Die Peschmerger sagen, die PKK hat zuerst geschossen. Und das haben eigentlich alle diese Clashs immer gemeinsam. Und die KDP, die wirft der PKK eben vor, dass sie die Region destabilisiere und dass sie eigentlich nur ihre eigene Machtbasis ausbauen wollte und mehr Einfluss haben möchte, während die PKK der Regierung der KDP und den Barzanis vorwerfen, dass sie die kurdische Sache verraten würden, indem sie die PKK praktisch so in den Rücken stechen würden, während sie ja eigentlich für die Belange der Kurden in der Türkei kämpfen würden. Und ihr seht, dieser Konflikt ist, der ist sehr alt, der wird auch nicht so schnell gelöst werden. Und es ist abzusehen, wie sich das entwickelt. Ob Friedensgespräche auch in Syrien zwischen den Parteien, ob da vielleicht irgendwie was dazu beitragen kann, ob man irgendwie eine Möglichkeit findet, zumindest die bewaffneten Konflikte so ein bisschen vorzubeugen oder ob das weitergehen wird, dass es immer mal wieder zu kleinen Gefechten geben wird zwischen kurdischen PKK-Kämpfern und kurdischen Peschmerger-Kämpfern. Und wie es weitergehen wird, das wird nur die Zeit zeigen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Ihr könnt jetzt diesen Konflikt, diesen innerkotischen Konflikt ein bisschen besser nachvollziehen und würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, wie ihr das Video fandet. Neue Ideen natürlich immer gerne willkommen. Es sind sehr viele Ideen in letzter Zeit, da bin ich auch sehr dankbar für. Aber also nicht sauer sein, wenn nicht sofort ein Video dazu kommt. Ich arbeite das alles irgendwann mal ab, versprochen. Und ja, das war es auch schon. Ich freue mich, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video dabei. In diesem Sinne, bis dann und ciao.